Guten Abend und herzlich willkommen zu Portal Knights mit Nero und... Ja, das ist Onkel. Ja, Hallihallo. Und wie ihr seht, hat sich hier ein mysteriöses Portal geöffnet. Das Tattenritter haben ein Portal errichtet. Erforsche die Insel auf der anderen Seite. Das ist wohl so ein kleines Portal, was hier am Patch kam. Au! Klaut die Mauer! Klaut die Mauer! Klaut die Mauer! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Ein Antike-Boomier hat mich getötet. Was? Oh Gott! Oh Gott! Die, äh, die speien. Oh, die kann sogar was! Level 17, Alter! Ich will jetzt nicht sagen, die kann sterben, weil... Oh, ich bin tot! I'm... I'm dead! Hi, Dad! Ja, ich auch, ich auch! Ach so, ja, jetzt bin ich auch tot! Ich lebe noch, das geht's gut! Ich lebe auch noch, aber fast dead! Ich bin schon... Das will ich haben, das sieht cool aus. Nee, das ist das Geheimnis... Oh, die blaue Lampe will ich haben! Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer! Hey! Da kommt eine Mumie! Ich will das blaue Licht haben! So, aber ich kann es! Leuchtet bleiben! Sag mal, man konnte doch ausweichen, dann bin ich... die Sache in der Birne, ey! Äh, ja mit Alt? Nee! Ich bin hier in den Grab reingefallen! Was? Oh! Kinder, ich hab ne Bank! Jetzt können wir Geld abholen! Kann man das hier... Ich find die Grabsteine echt cool! Ja, ich bau sie grad ab! Toll, vielleicht ne Schande! Wo kann man das hier eigentlich abbauen? Ah, äh, mit... Ja! Space halt, ne! Also... Ist rollen! Weil du eben doch meinen, deswegen ausweichen! Aha! Die Lappen sind cool, Leute! Ja, wir haben uns mal gedacht, den... Wir haben uns überhaupt nicht gedacht... Eigentlich war es nicht so gut... Doch, Holocaust, das war alles... Das war alles durchgeplant seit der ersten Folge! Stufenabstieg? Das war eigentlich nicht geplant, dass wir jetzt hier da reingehen, aber... Jetzt müssen wir mit! So sieht's aus! Okay, was brauchen wir hier? Grüne Portalsteine? Ähm, hat jemand noch diese Schleifsteine? Weil du bist jetzt einfach... Ich hab nichts mehr! Ich hab gar nichts mit! Äh, ich hab neun Schleifsteine! Aber ich geh mal kurz so unten ins Grab! Okay, ins Grab! Gib mir doch mal bitte... Gib mir doch mal bitte... Schleifsteine! Weil ich kann nichts mehr machen! Die skinnen auch gar nicht! Musst du auch selbst erstellen! Aber ich... Oder wir stellen dir eine Kiste her! Können wir eine Kiste erstellen? Warte, aber könnte man denn nicht auch aufm Weg craften? Ich hab doch hier... Schleifsteine! Haben wir grüne Portalsteine? Ich hab... Sobald ich das grad sehen kann... Äh... Ich sag' wir haben... Zwei Hälften! Ich stell' mir ne Werkbank hin hier! Warum kann man das hier nicht... Warum kann man das hier nicht... Warum kann man das hier nicht abbauen? Ich will in das Grab hier rein! Äh... Hast du denn vor? Ja, ich will in das Grab hier rein! Warum denn? Weil das zu ist! Was? Was? Hast du grad deine nekrophile Ader entdeckt oder was? Ich hab doch nicht gesagt, dass ich das grad ficken will! Das hast du jetzt gesagt! Na nekrophil ist doch das, was du grad gesagt hast! Nee! Wenn's von da nicht geht, geh mal von der Seite rein! Ich hab grüne Portalsteine, nochmal so! Äh... Ne gleich! Wie viel hast du? Sechs Stück! Ja, dann... Feuer frei, Herr Ongel! Oh! Welch Zufall! Welcher uns ereignet! Ey, ich hab aber... Ich hab aber bloß Fragmente! Ja, der muss zusammenführen! Ja, wo hast du die Werkbank hingestellt? Was ist denn tot? Was ist denn tot? Kann man irgendwie nicht abbauen, oder? Da baue ich halt alles drumherum ab und guck' ob's runterfällt! So! Fuck! Das geht einfach nicht! Hä? Der will nicht! Und wahrscheinlich der Überpost schlicht! Weg! Drin! Aber wir müssen das Portal öffnen! Wo kommt der denn was raus? Wann kann ich denn die nicht herstellen? Was? Will ich den? Hey, herstellen! Ich kann den grünen Portalsteine nicht herstellen! Äh, du brauchst... Ich hab eine Werkbank gebaut, auch nicht! Wie viel brauchst du denn für einen? Ich weiß, ich bin hier! Vier Stück! Und ich hatte... Wo ist denn da hin? Also irgendwie, meine lieben Leute, geht's hier nicht schon weiter! Ja gut, dann müssen wir halt erstmal in die andere Welt! Ne? Also ab Level 2! Schau mal! Um grüne Schleifsteine... Äh, um grüne Gedöns zu kriegen! Ich hatte ja hier einen hergestellt! Oh! Aber der ist weg! Der ist weg! Ach! Warte mal, da ist noch in der Werkbank bestimmt! Ne? Schau mal bitte rein! Das ist bestimmt noch in der Werkbank! Der schleifste, äh, der Stein, oder? Ja? Ja, da ist er drin! Bei mir nicht! Probier auch gar nicht drin! Also ein grünen Portalstein habe ich! Einer! Ja, wir haben schon gesagt, dann müssen wir erstmal in die andere Welt! Wollen wir da gerade mal hingehen, Leute? Aber wenn wir schon dabei sind, ne? Ja? Also, nach dem Boss! Hier, warte mal hier! Waren wir schon? Äh... Ich glaube eher, dass du die Viecher ja töten musst! Diese Munien und so'n Scheiß! Ja, aber die sind ja nur auf dem Friedhof! Weil da oben ist das Level 1 der Gedöns! Beziehungsweise noch aus, äh, der Welt 1! Die geben nur die blauen und die gelben! Die grünen geben erst ab! Äh... Moment! Ich will hier rein! Ja, gleich! Das wollen wir alle! Nee, ich will da rein, da! Hier, wir klemmen uns jetzt erstmal an die Palm-Patina und dann geht's weiter! Ah, guck mal! Ich bin drin! Und ich hab kein... Ich hab... Oh! Onkel, da hab ich mich noch reingeportet, ne? Achso! Hilfe! Oh Gott, was bist du denn? Hau es! Danke! Ah, ist der nix! Der Mann! Alter, ich schieß doch auf Wände! Ja, ich weiß! Ja, das... Ich glaub, das sind uns! Habt ihr jetzt den Grabstein? Ja! Geil! Die wollte ich die ganze Zeit haben! Warum? Weil wir uns dann daheim ein schönes Grab machen können! Haha! Mann, das hab ich mir schon immer gewünscht! Ein schönes Grab, Omel! Ja, was? Friedhof gehört genauso dazu! Oh, ich hab hier eine Schüssel gefunden! Äh, eine Schüssel... Äh... Äh... Wasen! Ich kann die Sachen hier nicht einsammeln! Alle! Wie gesagt, ich wär eher dafür, wir gehen erstmal in die andere Welt! Damit du auch die grünen Fra... Fraktal? Nee! Fragmentsteine herkriegen! Weg, Tom! Boah, da klappt... Da klappt man sich ja so Tode hier! Hör auf! Dann können wir nochmal ganz kurz nach Hause die Taschen entleeren! Uns nochmal ordentlich ausrüsten! Und dann können wir nochmal los! Weil... Ja, du... Du hast ja jetzt eigentlich bloß getestet, schnell auf das... Da hinzugehen! Richtig! Jetzt sind's dir mit nix! Ja! Also ich hab gerade mal eine Marde getötet! Uh... Ich auch! Es ist magma-maden Maharaja! Was ist dein Hürde? Hürde? Hürde! 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 Wauuuu! Hürde! Wauu! Hürde! Hürde! Wauu! Hürde! 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 sie war sie ja fragmente haben wir drei stück hat noch jemand fragmente einstecken zwei stück ich bin um die kiste rein das ist nicht die kiste ist das ich habe die fragmentkiste gefunden ich hänge gerade im erdhügel drin hallo nein ich mach gerade meine wiese wieder kaputt ja ja jetzt hast du dich selbst eingekotet und wieso wächst da schon krass drauf ich bin eins mit der natur du bist die natur ja das auch ja du hast mich gerufen helfen die roten er die rohen safira und so hin die waren hinten im lager ich weiß gar nicht ich weiß es auch nicht hier gibt es ungefähr drei und drei das aber zum vorteil für euch der zauberer wurde so eingestellt dass er nicht mehr so viel schaden an der umgebung macht doof ist gar nicht mehr ausbauen falsches loch wir müssen das lagersystem mal erklären gut also eine reihe ist stein und steinfizierung die andere reihe ist holz und holzverzierung und alchemy also holzstein alchemie die restlichen drei weil sie auch nicht die klammerlager ist alle im ersten ist die alchemie also stromquartz steine kupfer und so weiter also mineralien sozusagen in der zweiten reihe sind ja tränke tränke und wasser also das was du für den tränke dünnst brauchst der dritte reihe sind steine vierte reihe ist glaube ich holz fünfte reihe ist ja nahrungsergänzungsmittel also knochen schuppen gartenpilz baumwolle also besser gesagt verbrauchsgegenstände und zutaten und der letzten reihe ist wie ihr auch sehen könnt gerade luft das geht bei uns auch ja das auch falls wird die dicht wird ein bisschen fragmente eine frage freunde kommen ganze die weltkraft verarbeitet normalerweise ich hab keine ahnung was du denn wo bist du denn da kommt ein gold hin äh zu mineralien im ersten irgendwo muss gucken wo ach so also hier dinge bei eisen ja eisen gold hat man glaube ich überhaupt doch gar nicht oder als die ganze pläder getötet sie sich so gut mit verbauen muss lehrt die lehrt schüttel bei hau blau und bühne spüren er war der ob es in der euro und öelden wollen ich habe keine erde mehr bleibt auch mal waren du hast bei so einem spiel keine erde mehr ja ich war erlos ja es tut mir leid die feld ist so erdlos geworden und ich ich werde hier jetzt ist von der Erde weil ich erdlos bin ähm noch ist es ok so der Rahmen in der Größe her ja das war in Ordnung wollen wir das denn so erdmäßig lassen oder wollen wir denn den Rahmen ich sag mal so erdmäßig wir wollen das Dinger verstecken also verhältnismäßig verstecken wenn das ganze Gebiet keinen einzigen Berg hat und in der Mitte ist ein quadratischer Berg mit Augen das spielt ja keine Rolle wir haben kein PvP hier es sieht trotzdem scheiße aus ja dann du äh dann mach doch du mal du ja ich hätt gern Glas was Glas ja Glas wär geil kann man hier Glas mittlerweile bestellen wir haben aber kein Glas warum nicht was sollen wir das Glas denn nehmen bitte hat der Glas bitte rein das hättest du mir gern klar kein Glas halt das ist so glaslos ohne Witz nur weil du keine Erde hast stimmt ich hab keine mehr ähhhhh öh 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 die Witze sind sehr niedrig die Witze fliegen niedrig es gibt morgen schönes Wetter oh guck mal ey 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 Nero 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 komm mal her her was komm mal her komm mal her stell dich mal neben mich stell dich mal neben mich komm mal stell dich mal neben mich komm in die Druck bist du fett guck mal hast du Unkel danach sieht voll toll aus oh ja guck mal ganz ruhig ich hab grüne Fragmente gesucht bei uns guck mal pass mal pass mal auf direkt auf den Kopf ups warte warte guck mal direkt auf den Kopf wie ein Vogel pssst das hat wirklich kackgeräusch gemacht hhhhhh hhhhhh Onkel wird zum Hobbygärtner gleich pflanzt er Zucchinis an hhhhhh und Frühlingstomaten damit gehts immer nur damit fängt mein Kleiner auch an und er endete hhhhhh er endete bei Pappel Buse hhhhhh 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 adopt doch mal Buse hhhhhh hhhhhh und jetzt ist er Kleingärtner hhhhhh 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 ich hab so viel für meinen Sohn gewünscht da war doch nicht so war's hhhhhh warum Gott warum wurde er Kleingärtner er macht Mörn glaub mirs erst macht Mörn hhhhhh hhhhhh oh oh alter so stumpf so stumpf er sollte doch was mit Tieren machen er wollte unbedingt Metzger werden hhhhhh und jetzt wieder WIGITIERN Ahhhhhhh hhhhhhhhhh hhhhhh hhhhhh ohh saugut hhhhhh Oh, wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Der war sogar für mich total schlecht. Macht euch doch nicht immer so nieder. Ich wollte was mit Tieren machen, deswegen vegetiert er. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Das war das Lachen, das haben wir fest. Äh, noch ein kleiner Tipp, komm jetzt nicht zu mir. Wieso, bist du so ansteckend? Nein. Warum nicht? Das war mir einfach, komm nicht zu mir. Leung? Was? Hilfe! Ja? Unter unserem Lager ist eine fette Höhle. Die war schon vorher da. Aber ich bin reingefallen. Hast du wegen Hilfe? Ja. Ah, ich hab Angst. Weiterhin geh in die Pussy. Mal, Alter, ich bin ein Waldläufe, ich muss doch Pussy sein. Hey, 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 hey. Ich bin ein Wald scheißer, haha. Das sowieso. Deswegen darf es eine Uschi sein. Ah! Ich hab ne... Eine famose Idee. Deine Idee sind immer sehr... Eine famose? Mhm. Wir haben hier genug Wiese. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Jetzt war aber ein schönes Lager draus bauen können, ey. Was? Draus bauen können? Hier ist eine richtig fette, geile Höhle. Das sieht cool aus. Oh, was bist du denn? War doch kein... War doch kein Lager in der Höhle. In welchem GULA wohnst denn du? Ja gut, obwohl ich jetzt eine Erdhügel als Lager haben kann. Was machst du da oben schon wieder? Was machst du da? Nichts. Was machst du in meinem Gebiet? Was machst du? Ich bin nicht in deinem Gebiet. Ich bin über deinem Gebiet. Hau ab! Das ist... Hör auf! Ey! Mach mein Zeug nicht wieder kaputt. Was ist denn das? Mach ich doch gar nicht. Der Untergrund von... Oh nein, 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 nein! Komm mal kurz raus. Ich würde mal kurz was rasseln. Hey! Ruhig! Ruhig! Onkel wird getisst. Nein. Onkel wird getisst. Oh mein Gott, was wird getisst? Was ist denn hier los? Onkel, das hilfst du mir. Boah! Hau die Wade! Hau die heftige Wade! Sterb! Alter! Erspann dich mal! So! Da oben kannst du bleiben. Hu! Alter! Alter! Hu! 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 Ich hab doch nichts! Du hast mich geärgert! Meine Waffe ist doch noch im Inventar! Ahahahahaha! Kommst du mir hier spielen? Äh... Ja, ne? Kommst du mir! Was machst du denn hier, Alter? Mach mein... Mach mein... Was heißt denn? Mein Ding ist nicht kaputt. Ich mach dein Ding nicht kaputt. Was baust du denn hier rum? Das siehst du gleich! Nein! Ich will das nicht sehen! Toll! Ich will das nicht verlässlich sehen! Hier! Irgend so nen Scheiß reingebaut hier! Das ist kein Park hier! Das ist ne Scheiß Feld ist das! Das ist ne Scheiß Feld! Das ist ne Scheiß Feld! Ja! Alter! Jetzt ist das schon wieder noch mehr! Hau jetzt ab! Hu! Ja! Magst du hier hochkommen? Ich hab ein romantisches Spezifum! Du hast doch Angst gehabt, deswegen bist du da oben! Auch! Wie komm ich jetzt wieder runter ohne zu fallen? Scheiß! Hallo! 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 Jetzt braucht der mein... Lässt du mal meine Bank in Ruhe? Wie ist das denn? Oh Gott! Hallo! Oh! Meine Bank! Nein! Und er ist dann nachher gesprungen! Ja, nein! Weiß was auch noch gesprungen ist? Ne? Das Ende! Macht es gut Leute! War schön, dass ihr eingeschaltet habt! Die Kanäle sind unten in der Beschreibung, glaube ich! Hoffen wir doch mal, ne? Ja, natürlich! Ja, natürlich! Würde ich sagen... Ja, zumindest vom Nero! Nox, die macht mir hier alles immer kaputt! Warum baust du nicht einfach deine Garage weiter? Warum musst du mir mein Zeug her? Ich geb' dich gleich mal Garage! Okay, auf jeden Fall! Vielen Dank fürs Einschalten! Macht's gut Leute! Bis die Tage! Tschüss! Tschüss! Tschüss!